Die Real Estate Lounge ist eigentlich ein Afterwork der Immobilienbranche, aber auch der artverwandten Branchen drumherum, wo es durchaus auch mal Fachvorträge gibt und Präsentationen, Pitches, wo wir mal über ein Thema reden, über ein bestimmtes, aber mit genügend Raum für Networking, für Kreativität und freie Ideenfindung. Besonders gefällt es mir, dass es so ein bunter Mix an Leuten ist, die hier zusammen betrifft. Und ich komme selber nicht aus der Immobilienbranche, da kann man einfach ein bisschen in die unterschiedlichsten Metiers reinfühlen und reinhören. Also was mir am besten gefällt hier bei Disney Event ist, dass es eben eine sehr offene Plattform ist, wo die verschiedensten Bereiche, verschiedenste Industriezweige zusammenkommen. Ein sehr charmanter Gastgeber, der sehr innovative Ansätze verfolgt. Man muss ein großes Kompliment an ihm ansprechen, an den Konstantin. Nein, es ist super, es ist eine tolle, nette Location. Der Konstantin ist ein super Gastgeber, ich fand die Ansprache sehr, sehr toll. Und ja, ich bin glücklich, dass ich es heute noch hergeschafft habe. Ein leider ermordeter Münchner Modeschöpfer hat gesagt, du kannst nicht kontrollieren, was die Leute über dich reden, aber du kannst beeinflussen, ob sie über dich reden. Und deswegen empfehle ich jedem, hierher zu kommen. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich.